2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video gibt es sehr viele Bilderfragen. Ich lasse jedes Bild wieder groß machen, damit wir es uns in Ruhe genau anschauen können. Und ihr habt ja schon in den Kommentaren erwähnt, dass ich gerne etwas langsamer und detaillierter auf die Fragen und Antworten eingehen soll. Gut, dann beginnen wir gleich mit der ersten Frage. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? Okay, du musst bedenken, der Traktor möchte wahrscheinlich auf die Straße und der Bauer, der in dem Traktor drin sitzt, du siehst ihn nicht. Und wenn du ihn nicht siehst, dann sieht er dich natürlich auch nicht. Also musst du damit rechnen, dass er jetzt einfach so auf die Straße fahren wird. So, wie verhalten wir uns? Geschwindigkeit vermindern. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Unverändert weiterfahren. Eher weniger. Bremsbereit sein. Genau, also du fährst langsamer, ist damit gemeint. Und bremsbereit heißt, den linken Fuß vor der Kupplung und den rechten Fuß vor die Bremse. Also einfach nur davor stellen, damit du, sobald er rausfährt, du gleich bereit bist, anzuhalten. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir haben ein Vorfahrtgewähren. Und wenn wir ein Vorfahrtgewähren haben, dann hat der Gegenverkehr auch ein Vorfahrtgewähren oder ein Stoppschild. Auf jeden Fall ein Vorfahrt neben das Verkehrszeichen. Und da wir links abbiegen möchten, also sprich auch den Blinker gesetzt haben, abbiegen wollen, müssen wir denjenigen, der geradeaus weiterfahren möchte, den Vorrang gewähren. Ich darf vor dem gelben Fahrzeug abbiegen. Ja, das dürfen wir nicht. Ich muss das gelbe Fahrzeug durchfahren lassen. Genau, wir müssen warten. Welche Fahrlinie müssen Sie zum Linksabbiegen einhalten? Achtung, ganz genau aufpassen. Im vorletzten Video war das, glaube ich. Ich gebe immer noch mal die Info. Rechts oben im Video ist ein I. Da kannst du drauf tippen und kommst auf die Playlist, wo du alle Videos mit allen Fragen findest. Und da hatten wir ja letztens die Frage, wie wir uns zum Linksabbiegen einzuordnen haben. Und dann war hier rechts am Rand ganz klein eine Einbahnstraße markiert. Und in einer Einbahnstraße wäre ja möglichst weit links hier ganz, ganz links. Aber da das keine Einbahnstraße hier ist, musst du damit rechnen, dass hier Gegenverkehr entgegenkommt. Dementsprechend zum Linksabbiegen, in dem Fall hier diesen rechten Streifen. Die rechte. Das heißt immer möglichst weit links und in dem Fall ist das halt möglichst weit links. In welchen Fällen müssen Sie eine Änderung der Fahrtrichtung anzeigen? Also sprich, in welchen Fällen müssen wir den Blinker setzen? Vor dem Abbiegen in eine Einmündung oder in ein Grundstück? Natürlich, vor dem Abbiegen immer. Wenn ich dem Verlauf einer abknickenden Vorfahrtstraße folgen will? Natürlich, die abknickende Vorfahrtstraße geht ja dann praktisch auch um die Ecke. Also sprich, du musst auch abbiegen, also musst ich auch hier den Blinker setzen. Wenn ich eine abknickende Vorfahrtstraße in gerader Richtung verlassen will? Nein, und wenn ich geradeaus fahre, dann setze ich natürlich keinen Blinker. Dann kann ich einfach weiter geradeaus fahren. Übrigens, was mir gerade eingefallen ist, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich die Antworten erst alle vorlesen lassen soll, euch dann ein, zwei Sekunden überlegen und dann die richtige Antwort geben. Oder einfach, so wie ich es bis jetzt gemacht habe, einfach die erste Antwort vorlesen, was dazu erklären und dann direkt anklicken oder auslassen. Wer muss hier die Fahrtrichtungsänderung anzeigen? Ja, würde ich doch mal behaupten, jeder. Denn wir wollen links abbiegen. Der Motorradfahrer möchte von sich aus gesehen rechts abbiegen. Und der rote BMW möchte auch links abbiegen. Also jeder. Gutes Vorlesen. Sparen wir uns jetzt Motorrad, ich selbst und der rote Pkw. Wer muss die Fahrtrichtungsänderung anzeigen? Natürlich auch wieder wir beide. Jetzt haben wir hier eine abknickende Vorfahrtstraße. Der folgen wir nach links. Deswegen müssen wir blinken. Und der blaue muss ja sowieso blinken, da er auch von sich aus gesehen rechts abbiegt. Der entgegenkommende ich selbst. Ah klar, das war jetzt zu schnell. Also beide. Wer hält falsch? Das haben wir auch im letzten Video gehabt. Wenn du natürlich einen extra Streifen dafür hast, dann wäre es blöd, auf der Fahrbahn zu halten. Dementsprechend der blaue. Der dunkle Pkw. Ja. Okay. Also der blaue. Der dunkle. Von mir aus. Welches Verhalten ist richtig? Keine Verkehrszeichen. Also gilt die Vorfahrtsregel rechts vor links. Ich fahre als erster. Nein, denn wir haben ja das blaue Fahrzeug vor uns. Ich lasse den blauen Pkw abbiegen. Genau. Ich lasse das Motorrad vor mir abbiegen. Nein, das Motorrad muss warten. Das Motorrad ist ja links Abbieger. Muss dementsprechend uns durchfahren lassen. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir haben ein Vorfahrtgewehren. Dementsprechend der Gegenverkehr auch. Das sieht man auch hier an der Form. Diese Form ist ja einmalig. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. Genau, da wir ja, wie gesagt, durch das Vorfahrtgewehren warten müssen. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ja, wir sind links Abbieger. Die Straßenbahn muss mich vorher abbiegen lassen. Nein. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir folgen der abknickenden Vorfahrtstraße. Dementsprechend müssen wir blinken und dürfen einfach fahren. Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen. Nein. Ich darf durchfahren. Ja. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Das ist das Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs. Du kennst wahrscheinlich das unter Spielstraße. Und, ähm, ja, wir sind mal die Antworten durch. Auf das Ende eines Spielplatzes. Auf das Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs. Auf das Ende eines Fußgängerbereichs. Okay, also in dem Fall ist nur die mittlere Antwort richtig. Eine Videofrage. Hat bestimmt was mit dem Radfahrer zu tun. Wahrscheinlich wollen wir jetzt rechts abbiegen. Der Radfahrer befindet sich neben uns. Ne, doch nicht. Kind rennt auf die Straße. Das andere Kind rennt hinterher. Okay. Warum müssen Sie hier verzögern? Wegen des Geländewagens. Wegen des Motorrades. Wegen des Kindes. Wegen des Kindes. Noch eine Videofrage. Okay, Linienbus. Der blinkt nur rechts. Das heißt, wir dürfen vorsichtig an dem vorbeifahren. Müssen aber damit rechnen, dass hier gleich Leute über die Straße rennen. Genau so ist es auch. Müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren? Also langsam heißt in dem Fall sogar nicht mal Schrittgeschwindigkeit, da der Bus kein Warnblinklicht angemacht hat. Aber auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig und langsamer. Ja, da der Bus sofort anfahren wird. Müssen Sie hier langsam? Nein. Also wenn der Bus anfahren wird, dann musst du ihn sogar lassen. Da musst du deinen Vorgang hier sogar abbrechen. Ja, da Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn überqueren könnten. Ja. Ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die Fahrbahn überqueren könnten. Ja, also klar. Von der anderen Seite könnte natürlich auch jemand über die Straße rennen. Da steht eine Mutter, die schaut ihr Kind an auf dem kleinen Bobbycar. Das Kind wird wahrscheinlich gleich todesmutig über die Straße fahren. Unverändert weiterfahren. Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Das tun wir. Bremsbereit bleiben. Ja, also wenn solche Fragen gestellt sind, dann kreuzt du immer auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen und bremsbereit bleiben. Das ist immer gut. Wie sollten Sie sich verhalten? Ja, das sind zwei anscheinend etwas ältere Personen. Die möchten hier über den Fußgängerüberweg gehen und die reagieren meistens sehr, sehr zögerlich. Schauen wir mal, ob wir noch... Ah, da sind noch Junge. Okay. Alles mit dabei. Aber bleiben wir doch bei den Älteren. Frühzeitig abbremsen, um den Fußgängern deutlich zu machen, dass ich ihnen das Überqueren ermögliche. Das ist sehr, sehr wichtig, denn fährst du zu schnell an diesen Fußgängerüberweg, dann bekommen die Angst und wollen nicht mehr drüber gehen. Und dann denkst du dir, ja gut, wenn die nicht fahren, dann fahre halt ich und dann ist die Prüfung vorbei. Weiterfahren, auch wenn die Fußgänger kurz stehen bleiben. Mit einem Bogen um die Fußgänger weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Also, hier ist nur Antwort 1 richtig. Wie müssen sie sich verhalten? Anhalten, um den Personen das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Ja. Weiterfahren, weil sich Personen nur am linken Fahrbahnrand befinden. Weiterfahren, weil ausreichend Zeit ist, bis die Personen meine Fahrbahnseite erreicht haben. Nein. Also, selbst wenn die da drüben stehen und drüber gehen möchten, dann musst du stehen bleiben und warten. Mit welchem Verhalten müssen sie an solchen Haltestellen rechnen? Fußgänger rennen über die Fahrbahn zur Haltestelleninsel. Ja. Fußgänger verlassen die Haltestelleninsel unachtsam. Ja. Fußgänger warten, bis die Fahrbahn frei ist. Also, wie gesagt, wir gehen immer vom Schlimmsten aus und das wäre in dem Fall Antwort 1 und 2. Sie wollen rechts abbiegen. Worauf müssen sie sich einstellen? Also, natürlich, oh, hier gleich ein riesen Praxistipp für dich. Der Lkw wird stehen bleiben, hoffe ich mal. Der Lkw wird stehen bleiben, um den Herrn hier über die Straße gehen zu lassen. So, der Radfahrer wird wahrscheinlich an dem Lkw vorbeifahren. Du musst ja auch stehen bleiben, bedingt dem Lkw, bis der Herr über die Straße gegangen ist. Und je nachdem, wie lange der Herz braucht, kann es sein, dass deine Ampel hier oben, die jetzt noch grün zeigt, währenddessen schon auf rot umgeschalten hat. Der Lkw befindet sich hinter der Ampel, das heißt, er darf dann noch abbiegen. Du stehst höchstwahrscheinlich noch vor der Ampel, siehst aber, dass die Situation sich aufgelöst hat und dass du jetzt schon fahren kannst. Und dann denken die meisten, okay, super, dann kann ich jetzt fahren. Und dann kommt auch schon prompt der Eingriff vom Fahrlehrer und die Prüfung ist vorbei. Ganz wichtig, wenn du dir nicht sicher bist, dass du über die Ampel kommst, wie in dem Fall, dann bleibst du hier vor der Haltelinie stehen. Und bevor du losfährst, schaust du immer noch mal Richtung Ampel, welche Farbe die Ampel zeigt. Also da fallen echt wahnsinnig viele Leute durch, weil sie einfach mit der Ampel schon längst abgeschlossen haben und sie sich nur noch auf diese Situation konzentriert haben. Nach dem Abbiegen des Lkws könnten Fußgänger von der gegenüberliegenden Straßenseite kommen. Gut, ja, das kann natürlich auch passieren. Der Fußgänger könnte den Lkw vorbeilassen und dann vor mir die Fahrbahn überqueren. Das machen auch sehr gerne Leute. Also wenn grün ist, soll er bitte einfach drüber gehen und die Situation ist klar. Aber wenn er dann ein Auto durchlässt und das andere dann vielleicht nicht und dann rennt er auf die Straße, das ist immer ein bisschen blöd. Der Lkw wird anhalten. Ja, da sind alle Antworten richtig. Worauf müssen sie sich einstellen? Auf sich öffnende Fahrzeugtüren, auf Sichtbehinderungen, auf querende Personen. Alles wichtig. Querende Personen, das bedeutet, dass ja Leute über die Straße rennen. Sichtbehinderungen, dass man die Leute nicht sehen kann zwischen den Autos und dass sich Fahrzeugtüren öffnen, das ist natürlich immer eine gewisse Gefahr. Womit sollten sie rechnen? Wenn ich sowas sehe, hier zwischen den Autos ist zum Beispiel eine Lücke, da könnte eine Straße von rechts kommen. Also sprich rechts vor links. Muss nicht sein, aber ist auf jeden Fall gut zu wissen. Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können. Ja. Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können. Kann auch. Ah ja, wir haben ja noch das Gefahrenzeichen, zwecks den Kindern hier. Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann. Also klicken wir auch wieder alles an. Alles richtig. Warum sind ältere Fußgänger im Verkehr mehr gefährdet als jüngere? Sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich. Das klicken wir an. Sie sehen und hören oft schlechter. Das hier auch. Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft falsch ein. Und das auch. Kommt natürlich immer auf die Person drauf an, aber das ist so ein guter Durchschnitt. Womit müssen sie in Wohnvierteln mit geringem Verkehr rechnen? Dass Radfahrer unaufmerksam sind. Dass alle Erwachsenen sich verkehrsgerecht verhalten. Dass spielende Kinder auf die Fahrbahn laufen. Also, das Erste und das Dritte ist das Schlimmste und das kreuzen wir an. Mit welchem Verhalten muss bei Personen am Fußgängerüberweg gerechnet werden? Sie betreten unerwartet die Fahrbahn. Sie kehren manchmal auf halbem Wege um. Sie blicken weder nach links noch nach rechts. Immer das Schlimmste und das ist in dem Fall jede Antwort. Ein Fußgänger mit einem weißen Stock möchte vor Ihnen die Fahrbahn überqueren. Wie müssen Sie sich verhalten? Jetzt denkst du dir, weißer Stock ist mir noch egal, welche Farbe der Stock hat. Also, das ist anscheinend ein Blindenstock. Und dementsprechend müssen wir uns natürlich sehr zuvorkommend und partnerschaftlich verhalten. Ich muss die Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten. Ja. Ich muss mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiterfahren. Ich muss Warnzeichen geben. Ja, also nur die erste Antwort ist richtig. Womit müssen Sie rechnen? Das ist ja das gleiche Bild von vorhin. Man kann die Bilder auch ändern. Also, du kannst da verschiedene Bilder bekommen. Dass Kinder plötzlich zwischen den Fahrzeugen auftauchen. Ja. Dass vor mir Fußgänger auf die Fahrbahn treten. Ja. Dass Fußgänger warten werden, bis ich vorbeigefahren bin. Immer das Schlimmste anklicken. Das Letzte wäre ja top. Deswegen lassen wir das Letzte frei. Womit müssen Sie rechnen? Uiuiui, da geht es ja zu. Einer parkt aus oder einen. Der eine bleibt hier stehen. Der will über die Straße. Zwei Radfahrer. Einer kommt entgegen. Da ist ja jede Menge los. Dass Fahrzeugtüren geöffnet werden. Ja, das verringert den Platz dann auch zusätzlich. Dass Fahrzeuge anfahren. Ja. Dass Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn treten. Alles richtig. Wie schätzen Sie die Situation ein? Das ist eine ähnliche Situation. Da ist ziemlich viel los. Er schiebt seinen Roller aus welchen Gründen noch immer. Das verengt natürlich die Fahrbahn. Die Fußgängerin kann unachtsam die Fahrbahn betreten. Das kann sie. Der Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung ändern. Okay, ein Mofa, Verzeihung. Ja. Ich kann unvermindert weiterfahren. Gut. Also wie immer das Schlimmste ankreuzen. Dann bist du auf der sicheren Seite. Eine Person am Straßenrand trägt eine gelbe Armbinde mit drei schwarzen Punkten. Worauf weist diese Armbinde hin? Auf die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe. Auf eine behinderte Person. Auf eine besondere Verhaltenspflicht gegenüber dieser Person. Achtung. Es ist natürlich ein Zeichen für jemanden, der blind ist. Also ist die mittlere Antwort schon mal richtig auf eine behinderte Person. Und es gibt gewisse Verhaltenspflichten gegenüber behinderten Personen. Beziehungsweise gegen Kinder zum Beispiel. Und da gibt es ein paar Ausnahmen. Okay. Auf jeden Fall ist das auch richtig. Und ich muss bedenken, die Person sieht nicht richtig. Also besondere Verhaltenspflicht. Gut, es regnet. In 200 Metern endet der rechte Fahrstreifen. Da kommt ein Motorrad von hinten. Und wir wollen auch rechts rüber. Ja, lasst doch den Motorradfahrrad durchfahren. Sie wollen die Autobahn verlassen. Worauf müssen Sie besonders achten? Besonders. Auf das rote Motorrad. Auf das rote Motorrad. Fertig. Warum kann hier das Rechtsabbiegen gefährlich werden? Ja, die Straße ist vereist. Würde ich behaupten. Weil mein Fahrzeug bei zu schnellem Abbiegen ins Schleudern geraten kann. Ja. Weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten kann, wenn Fußgänger die Seitenstraße überqueren. Jo. Weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen, beim Abbremsen ins Schleudern geraten können. Ja, also wenn die Fahrbahn glatt ist, dann ist das hier alles richtig. Sie fahren auf dieser Straße außerhalb geschlossener Ortschaften. Worauf stellen Sie sich ein? Fußgänger laufen nur außerhalb der Fahrbahn. Nein. Der Gehweg ist ja zugeschneit. Die werden da wahrscheinlich nicht laufen. Fußgänger nutzen die Fahrbahn. Genau. Die Fahrbahn ist verengt. Ja. Bedingt durch den Schnee ist die Fahrbahn enger als sonst. Warum kann das Befahren dieser Straße gefährlich werden? Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen sind. Ja. Weil entgegenkommende Kraftfahrzeuge erst spät erkannt werden. Achtung, schau dir mal das Bild ganz genau an. Alle Autos stehen in Fahrtrichtung. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich eine Einbahnstraße. Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden. Genau. Also 1 und 3 klicken wir hier an. Weshalb ist es möglich, dass Fahrzeugführer das Zeichen Vorfahrt gewähren nicht wahrnehmen? Die parkenden Fahrzeuge verdecken teilweise den Kreuzungsbereich. Ja. Die Straßenführung erweckt den Eindruck einer Vorfahrtstraße. Genau. Das denkt man sich, weil die Lichter so schön diese Straße hier ausleuchten. Die durchgehende Beleuchtung verleitet zu der Annahme, an der Kreuzung Vorfahrt zu haben. Genau. Wie schon gesagt. Worauf müssen sie achten, wenn sie in eine Tiefgarage fahren? Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen. Jo. Fußgänger laufen oft auf Fahrwegen. Ja. Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden. Alles richtig. So etwas ähnliches haben wir ja auch schon im letzten Video gehabt. Gut, noch ein Video. Also wir haben wieder einen Bus vor uns. Ein Linienbus mit Warnblinklicht, der an einer Haltestelle jetzt steht. Das heißt, wir dürften mit Schrittgeschwindigkeit an dem vorbeifahren. Es kommt kein Gegenverkehr. Das sieht also ganz gut aus. Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Genau. Personen könnten die Fahrbahn überqueren. Das wissen wir jetzt auch schon. Ich darf am Bus nicht vorbeifahren. Wenn der Bus fahren würde, dann dürfte ich an dem nicht vorbeifahren. Aber er steht. Personen steigen einen aus. Deswegen darf ich an ihm vorbeifahren. Aber nur mit Schrittgeschwindigkeit. Muss aber auch auf die Personen achten, die da über die Straße springen. Also, den Radfahrer zu überholen wäre jetzt arg dämlich, da wir eine durchgezogene Linie haben und wahrscheinlich dazu über die durchgezogene Linie fahren müssten. Das ist nicht erlaubt. Das würde auch sofort zum nicht bestehenden Prüfung führen. Du darfst die durchgezogene Linie auf gar keinen Fall überfahren. Du bleibst hinter dem Radfahrer und fertig. Also, das ist so eine Sache, da bist du vielleicht ein bisschen in Gedanken und dann denkst du so, ja, kannst du es schon machen, ist ja genug Platz da. Aber du darfst die durchgezogene Linie nicht überfahren. Es gibt sogar fünf Fehlerpunkte. Gut, morgen 17 Uhr gibt es das nächste Video. Um keine Videos mehr zu verpassen, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und wenn dir das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Das würde meinem Kanal sehr gut tun. Da freue ich mich riesig drüber. Okay, ansonsten dann bis morgen 17 Uhr wieder auf dem Kanal. Bis dann. Bis dann.